Die Genossenschaft hat einen neuen Kalkstreuer gekauft und heute Morgen war da eine kleine Vorstellung die Maschine auf unserem Welt. Hallo zusammen, wir holen uns. Wir machen es gerade im Klobohen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass wir heute die Pizze missbrauchen für uns ein neuestes Bild vorzustellen, wo wir hier an die Kalkstreuer die Bedeutung von Kalk, weil wir alles gut davon sagen. Wir haben den Herbst angeschafft, die für den Kalk brauchbar können. Wir können praktisch einfach vom Tranton bedenken. Strassentransport. Wir können auf der Strasse über kontrollieren. Verantwortlich ist jeder selber. Wir können auf der Strasse seine Arme innen und seine Arme zu einem von den Vorgängen machen. Wir können auch schon noch Führer stellen, aber meistens rufen wir nicht in den Palsch weg. Wir können auf der Strasse entdecken. Wir können auch noch Führer stellen. Wir müssen uns auf der Strasse entdecken. Wir können auch noch die Bedeutung der Bedeutung und die Bedeutung der Bedeutung der Bedeutung Untertitelung des ZDF, 2020